Groß Kedira, Mann ist das Ende, da ist die Kleine und ein Goal! Und auf die Feine holen! Zählt nicht! So, jetzt kommt das Zuspiel von Kedira, das ist gleiche Höhe. Vorher, Ballgewinn von Ali, Wellbeck, der zögert zu lange. Jetzt ist ein bisschen Platz da, groß, links geht Hector. Der Ball kam von Butler direkt zu Özil. Butler hat sich bei dieser Aktion auch verletzt. Schauen wir mal, auf Jack Butler. So ganz unhaltbar war dieser Ball nicht. In die kurze Ecke. Kedira lyfter motte, Gómez, und dann ist Mario Gómez. Er hat einen Millimeter. Kedira mit passningen. Keil läuft upp, und es ist Klein, der nicht hinner mit. Er hat nicht zu haben, Gómez. Ja, das ist so vackert. Situation noch nicht geklärt. Kane. Kane! Das ist der typische Kane. Ein Strafraumstürmer, ein Strafraumkiller. Der Maskenmann aus Tottenham. Dreht sich hier um die eigene Achse. Vorbei an Özil. Schöne Bilanz, neuntes Länderspiel, viertes Tor für den Stürmer. Kane. Jetzt ist immer wieder die Bälle aus dem Mittelfeld holt. Doppelpass mehrfach mit der Fußspitze. Abgewährt. Nathaniel Klein. Was ein Traumtor. Das ist Wadi. Das ist Wahnsinn. Und das ist das 2 zu 2. Vorbereitet von Klein. Und Rüdiger lässt sich da atypieren. Aber da wollen wir weniger den Fehler des Verteidigers ansprechen, als die Genialität des Stürmers in diesem Moment. Jamie Vardy. Und während diese Zeitlupe hier... Die nächste Möglichkeit. Und das ist eine hundertprozentige Chance gewesen. Eine hundertprozentige Möglichkeit nach einem Riesenbock von Khedira. Daly Alley. Aufgelegt von Vardy. Aber für die Engländer war das eine schöne Party hier. In der Hauptstadt. Und das 3 zu 2. Nach 0 zu 2. Geht er nicht richtig in den Zweikampf, in das Duell mit Dyer. Dem 22-jährigen Mittelfeldspieler von Tottenham. Er ist natürlich auch ordentlich größer.